Umweltstaatssekretär Steffen Eichner hat kürzlich eine Ausstellung über Fledermäuse auf der Heinzburg im Bogenlandkreis eröffnet. Unter dem Motto Fledermaus hier zu Haus können Interessierte sich über die streng geschützten Fledermausarten informieren, die Sommer- und Winterquartiere auf der Burg nutzen. Der Landschaftspflegeverein Mittleres Elstertal hat die Ausstellung eingerichtet. Das Umweltministerium hat das Projekt mit über 170.000 Euro aus der Artensofortförderung unterstützt. In den vergangenen Jahren konnten mithilfe des Ministeriums die Fledermausquartiere und eine Werkstatt erfolgreich eingerichtet werden. Die Heinzburg habe sich zu einem attraktiven Anlaufpunkt für Umweltbildung entwickelt. Nur wenn wir mit den bedrohten Tieren und ihren Lebensräumen vertraut sind, können wir sie schützen, erklärte Eichner. Die Quartiere befinden sich im Kellergeschoss der Burg. Die Ausstellung in großzügigen Räumen im Bereich des Burghofs. An die Heinzburg grenzt zudem der Zeitser Forst. In der Region heimisch sind vor allem die Mopsfledermaus, Bechsteinfledermaus, Kleinabendsegler sowie die Fransenfledermaus.